Im Rahmen der Corona-Pandemie hat erstmals das Thema Triage an Bedeutung gewonnen. Besonders Menschen mit Behinderung fühlten sich aber mit den aktuellen Regelungen zum Triage benachteiligt. Insbesondere der Artikel 3 des Grundgesetzes, nach dem alle Menschen gleich sind. Für Menschen mit Behinderung, so das Bundesverfassungsgericht, wurde der Gesetzgeber dazu aufgefordert, Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingten Triage zu treffen. Mittlerweile gab es vom BMG Formulierungshilfen, aber auch einen Referentenentwurf. Der Referentenentwurf zum Triagegesetz ist da und es kam wie erwartet. Wir opfern die Schwächsten und wir opfern den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Lebenswertdifferenz. So wird die Behindertenrechtlerin Nancy Poser zitiert. Doch wie steht die Union als Oppositionspartei dazu? Bei dem Thema Triage ist meine Erwartungshaltung, dass die Bundesregierung jetzt schleunigst einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegt. Aber bevor sie den Gesetzentwurf vorlegt, auch ein Beteiligungsverfahren einleitet, in dem sie auch insbesondere die Betroffenen mitnimmt. Es ist wichtig, dass in einem Beteiligungsprozess alle Bereiche mit eingebunden werden, sowohl der rechtliche, medizinische, aber insbesondere auch der Bereich der Betroffenen. Und das muss ich schon sehr, sehr deutlich kritisieren, wie die Bundesregierung und die Ampelkoalition mit der Beteiligung der Menschen mit Behinderungen in diesem Prozess umgeht. Es hat im Gesundheitsausschuss einmal ein Fachgespräch gegeben zu dem Thema Triage. Und zu diesem Fachgespräch konnte jede Fraktion einen Teilnehmer, einen Sachverständigen einladen. Wir waren die einzige Fraktion, die die Betroffenenseite abgedeckt haben. Alle anderen haben Mediziner oder Juristen eingeladen. Das will ich an der Stelle nochmal deutlich betonen. Und ich will deutlich betonen, dass da der Beteiligungsprozess besser werden soll. Es wird seitens der Opposition, also um einen besseren Beteiligungsprozess, der Menschen mit Behinderung, deren vertretenen Verbände und Vereine gefordert. Zu der Kritik äußerte sich die Bundesregierung wie folgt und stellt dar, wie die weiteren Prozesse und Vorgehen im parlamentarischen Verfahren aussehen werden. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es war ja erstmal so, erstmal gab es ja diese Formulierungshilfe, die erste. Aber die haben, glaube ich, unabhängig der Parteizugehörigkeit auch die Teilhabe politischen Sprecher mit den Selbsthilfevertretungen auseinandergenommen. Und dann gab es die zweite Formulierungshilfe dazu. Und jetzt gab es irgendwann mal den Referentenentwurf vor ungefähr zwei Wochen oder eineinhalb Wochen vom Bundesministerium für Gesundheit. Was jetzt wichtig ist, wirklich jetzt wichtig ist, ist, jetzt kommt das Ding erstmal in das parlamentarische Verfahren. Und die Frage ist immer, was ist mehr Inklusion? Ist Inklusion, dass ich für die Menschen mit Behinderung außerhalb des parlamentarischen Verfahrens nochmal Sonderwege wieder mache und sage, weil hier es um Menschen mit Behinderung geht, mache ich nochmal ein ganz anderes Beteiligungskonzept? Oder ist es sehr inklusiv zu sagen, auch das geht den gewöhnlichen parlamentarischen Weg? Jetzt haben wir sogar den Vorteil, also diese Woche entscheiden wir darüber gar nichts. Jetzt haben wir genug Zeit in der Sommerpause und dann geht es erstmal in die normalen parlamentarischen Wege mit einer richtigen öffentlichen Anhörung und so weiter, um über das Gesetz zu reden. Und ich erinnere mich immer an die Worte von Kerstin Griese, das war einer ihrer ersten Worte auch an mich, weil ich immer, ich habe das nicht verstanden, warum ein Ministerium so einen Referentenentwurf schreibt, weil ich immer gedacht habe, wir im Parlament machen doch die Gesetze. Sie hat dann gesagt, dann könnt ihr das Ding im parlamentarischen Verfahren auseinandernehmen, bis zum geht nicht mehr. Und darauf kommt es an. Aber jetzt dürfen wir eben keine Fehler machen. Jetzt müssen wir spitzfindig sein und müssen genau darauf schauen. Und auch mit den Gesundheitspolitikern irgendwie ins Gespräch kommen und sagen, hey, bei den Menschen mit Behinderung könnt ihr bestimmte Merkmale, beispielsweise in der Überlebenswahrscheinlichkeit, in der Form gar nicht berücksichtigen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich kenne die Aufregung, da war ja dieses Gespräch mit dem Werkstattgespräch im Hintergrund gewesen, was wir organisieren wollten. Aber wir dann gesagt haben, hey, aufgrund von bestimmten Diskrepanzen geht das so schnell einfach nicht. Und dann war der Referentenentwurf eh schon da. Das heißt, wir waren insgesamt zu spät dran auch. Und deshalb sage ich einfach, erst mal Ruhe bewahren. Jetzt kommt das wie jedes andere Gesetz in das parlamentarische Verfahren. Und dort, wie die Frau Griese das gesagt habe, kann man alles auseinanderpflücken. Wirklich alles auseinanderpflücken. Es ist ein Weg wie jedes andere Gesetz auch. Und wir haben diesmal mehr Laufzeit. Jetzt haben wir die Sommerpause und dann wird es ein öffentliches Anhörungsverfahren gehen. Und dann geht es zeitgleich in die erste Lesung rein. Und dann dauert es erst mal. Das heißt, bei aller Liebe, wir haben da schon gut Spielraum, um daraus einiges zu machen. Wichtig ist, wir müssen uns Gehör verschaffen. Das ist das Wichtige und dafür muss man die Zeit nutzen. Die Bundestagsabgeordnete vom Bündnis 90 Die Grünen, Corinna Rüfer, gibt zu, dass das Thema Triage am Anfang der Pandemie unterschätzt worden ist. Man habe geglaubt, dass das Grundgesetz alles schützt. Insbesondere ist auch interessant, wie die Gesellschaft auf die moralische Frage der Heilungschancen reagieren wird. Corinna Rüfer stellt dazu ihren Standpunkt dar und ihre Ziele. Also ich beschäftige mich ja mit dem Thema Triage seit Beginn der Pandemie. Und ich habe am Anfang gedacht, als uns Corona erhält und so die ersten Bilder aus Bergamo und so die ersten Berichte, dass in anderen Ländern alte Menschen, Menschen mit Behinderung gar nicht mehr behandelt wurden, weil die Kapazitäten nicht mehr ausreichten, war ich damals, gebe ich gerne zu, noch so naiv zu glauben, dass uns in Deutschland unser Grundgesetz, ja, also die Würde aller Menschen ist gleichwertig, davor beschützt, in solche Entscheidungssituationen hinein zu geraten. Und vielleicht haben wir das Gesundheitssystem auch ein Stück weit überschätzt in seiner Leistungsfähigkeit angesichts so einer Drucksituation. So, es hat sich gezeigt, dass der Diskurs woanders hingelaufen ist. Also die private Fachgesellschaft der Divi, das sind die IntensivmedizinerInnen, die haben ja Leitlinien vorgelegt, die genau das nahegelegt haben. Also wir müssen die Starken schützen und die Schwachen opfern. Das ist im Prinzip das, wohin auch dieser aktualisierte Gesetzesentwurf, der ja vorher, aber das ist eine Formalität, eine Formulierungshilfe gewesen ist, hinläuft. Ich bin sehr froh darüber, dass Betroffene damals sich an das Bundesverfassungsgericht gewendet haben und das Bundesverfassungsgericht den BeschwerdeführerInnen ja auch ganz weitgehend Recht gegeben hat. Insofern glaube ich, dass das, was in diesem Gesetzentwurf, Referentenentwurf nahegelegt ist, keinen Bestand haben wird, sofern das wieder vor Gericht geht. So viel Vertrauen in unsere Rechtsstaatlichkeit habe ich dann noch. Wir sind im Moment hier am Kämpfen darum, dass überhaupt vom Parlament und auch vom Ministerium erfasst wird, worum es ja eigentlich geht. Also die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit wird ja hier zum Kriterium erhoben und das bedeutet naturgemäß eben dieses Prinzip, dass man schaut, wer ist in der Situation derjenige mit der höchsten Überlebenswahrscheinlichkeit, also die starke Person mit all dem, was dazu gehört, Komorbiditäten und so weiter, also Vorerkrankungen und so weiter. Natürlich gibt es Menschen mit Behinderung und gerade statistisch ja auch sehr gut belegt, hochbetagte Menschen, die sozusagen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Corona zu versterben. Aber die Frage ist doch, steigen wir ein in diesen Bewertungsmaßstab? Also unser Grundgesetz sagt, jeder Mensch ist gleich viel wert, ja? Also wir können nicht differenzieren nach, bist du gesund, bist du krank, wie lange überlebst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben, 30 zu 50 Prozent, ja? Also es geht auch nicht nur um die Abwägung behinderter Menschen mit anderen behinderten Menschen, sondern quasi jeder, der hier im Raum steht, wird sozusagen Teil eines solchen Abwägungsprozesses und wird irgendwann am Ende der Fresskette stehen können in bestimmten Konstellationen. Also es ist eine gesellschaftlich hochrelevante Frage, die meines Erachtens nach auch weit über sozusagen die aktuelle Situation der Pandemie hinausgeht, ja? Also es ist sozusagen, lassen wir uns als Gesellschaft darauf ein, eine Verfassungstradition, die wir jetzt im Angesicht unserer deutschen Geschichte über Jahrzehnte gepflegt haben, werfen wir das sozusagen jetzt in der Krise über den Haufen. Also jetzt muss ich dieses Grundgesetz bewähren, das ist meine Betrachtung dieser Diskussion um die Umsetzung des Beschlusses und wir sind da längst noch nicht am Ende. Ob wir, ob ich das mit meiner Haltung sozusagen oder ob ich meine Haltung hier durchsetzen kann, das steht auf einem anderen Blatt, aber ich werde versuchen, das bis zuletzt auch zu tun. Wir sind gespannt, ob die Beteiligung der Verbände und Vereine so wie erwartet stattfindet und auch deren Bedenken sich in der zu erwartenden öffentlichen Anhörung auch im Gesetz wiederfinden oder ob am Ende ein Gesetz wieder herauskommt, das verfassungsrechtlich geprüft werden muss. Das ist dieесть. Dass du noch eine Sch pensiere da ist, dass du ja jetzt hier begrüßen kannst, das ist für sie einen Verschleust an. Also wenn man hier durchgegangen hat, oder ob der Hund ist, die in der Höld здоров repräsentation 이랑 mit einem ger England-Arch ओatm. Vielen Dank.